Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken beim Tele-Stammtisch. Für alle da draußen, die uns noch über YouTube oder Spotify hören, das könnt ihr gerne weiterhin tun, denn wir freuen uns über jeden, der irgendwie seine Ohren spitzt, wenn wir über Filme plaudern. Aber ich möchte mir nicht die Gelegenheit entgehen lassen, euch mal darauf hinzuweisen, dass wir ein Audio-Podcast sind, den man auch runterladen kann über einen richtigen Podcatcher. Da könnt ihr euch mal informieren, das ist gar nicht so mega schwierig. Es gibt eine ganze Handvoll Apps, die ihr euch zum Beispiel auf euer Smartphone laden könnt. Ich bin nur so zum Beispiel Podcast-Addict. Es gibt noch sowas wie Castbox und viele, viele weitere Podcast-Apps. Damit könnt ihr Podcasts runterladen. Unter anderem eben auch unsere Besprechungen hier von Filmen, aber auch die Sachen aus dem regulären Cast, das heißt also von den regulären Runden, die wir machen, die jetzt nicht nur zwangsläufig was mit Filmen zu tun haben, sondern häufig eben auch was mit Comics. Dann nochmal der Hinweis, ja, also ihr könnt hier vieles runterladen. Ihr müsst es nicht einfach zu Hause vom Bildschirm konsumieren. Ihr könnt es auch unterwegs machen, ja, gerade an die Pendler von euch da draußen. Ich persönlich höre wahnsinnig viele Podcasts im Auto oder eben auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich bin relativ selten in meinem eigenen Büro unterwegs und höre immer irgendwie irgendwo im Podcast. Hab da diverse Sachen abonniert und ja, würde mich freuen, wenn ich euch auch jetzt hier von der Welt der Podcasts überzeugen konnte. Wir haben heute natürlich wieder drei Filmbesprechungen für euch am Start. Zunächst geht's los mit dem Remake von Friedhof der Kuscheltiere. Hier haben sich Eva und Andi sowie der Stu zusammengesetzt und ein bisschen was zu dem Film erzählt, der ja glaube ich relativ durchwachsen angekommen ist. Jetzt an der Stelle auch schon mal der Hinweis, wir haben auch angefragt für die Remastered-Fassung vom Original. Auch das werden wir demnächst zeitnah besprechen, denn es kommt bald fürs Heimkino. Jetzt aber erstmal die Besprechung für den aktuellen Kinofilm. Im Anschluss folgt die Besprechung des Films im Land meiner Kinder. Hier haben Chris und Dominik über den Film gesprochen, der ja so eine Art Doku zu sein scheint. Es geht auch um diese Einwanderungsthematik und wann ist man wohl Deutscher, wann ist man kein Deutscher. Finde ich mega spannend und ich bin echt auch interessiert zu wissen, was die beiden Jungs da zu sagen haben. Und zu guter Letzt gibt es noch die Besprechung der ersten Staffel der Serie Killing Eve, die glaube ich mit Preisen überschüttet worden ist. Hier hat die Nina sich hingesetzt und da natürlich gewohnt hochwertig über diese Serie hier gesprochen und die hatte glaube ich mega Bock drauf, die hat sehr gezielt danach gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass sie so ein bisschen so ein Fan ist. Jo, wisst ihr Bescheid, hört da mal rein. Hinterlasst uns Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram sowie beim YouTube Upload. Ihr seid da herzlich eingeladen mal einfach zu schreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen. Ob ihr die Filme eigentlich gesehen habt, die wir hier die ganze Zeit besprechen. Ob ihr da gar keinen Bock drauf habt. Gibt es Filme, die wir vielleicht unbedingt mal besprechen sollen? Habt ihr selbst mal Bock mit uns über Filme zu sprechen? All das sind so Sachen, da würden wir gern mit euch in Kontakt treten? Nun gut, lasst krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich Willkommen zu einer neuen Kuschelfilmkritik beim Tele-Stammtisch. Die Rubrik ist wie gemacht für den Film, den wir uns angeschaut haben. Wir besprechen nämlich heute den Film Fried auf der Kuscheltiere. Und zwar nicht das Original von 1989, sondern die Neuverfilmung. Und da habe ich zwei super Gäste in der Leitung. Ihre Katze wurde auch letztes Jahr vom Auto überfahren. Wie sie das gelöst hat und ob sich die Katze seitdem ein bisschen komisch verhält, kann sie uns gleich erzählen. Hallo Eva. Hallo. Ja und was uns der Film auch erklärt, der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Ich weiß nur, wer den steinigsten Acker im Herzen hat und das ist der Stu. Hallo Stu. Ja, dankeschön. Hallo. Ich freue mich, dass ich so schön vorgestellt werde. Ich will aber anmerken, als Kind wurde auch eine meiner Katzen überfahren. Aber überfahren, überfahren? Oder die ist nicht auferstanden? Nein, nein. Ich habe sie begraben, aber nicht im Friedhof der Kuscheltiere, sondern im Garten einfach. Na, dann lag es daran. Das ist aber traurig. Evas Katze geht es wieder gut, glaube ich. Ja, sie schielt ein bisschen, aber sonst? Ja, dann besprechen wir mal den Film. Eva, sag doch mal, worum es hier geht. Die zweite Verfilmung kommt am 4. April 2019 in den deutschen Kinos von Friedhof der Kuscheltiere. Original dürfte jedem einigermaßen bekannt sein. Das Buch von Stephen King von 1983, eines der erfolgreichsten Werke von ihm. Und der Film dauert jetzt eine Stunde, 41 Minuten und freigegeben ab 16 Jahren. Genre ist Horror, wer hätte das gedacht? Genau, Regie von Kevin Kölsch und Dennis Wittmeier. Mitspielen Jason Clarke als Louis Creed, also der Vater, den Nachbar spielt John Lithgow, Amy Simons, Jettey Laurence spielt das Mädchen, Ellie Creed, Opsa Ahmed ist Victor Pascoe und Alisa Bruglevin, Zelda Goldman. Und dann gibt es noch Hugo und Lucas Lavoie, Gage Creed. Der Sohn, genau. Ja, hast du, erzähl du uns mal, worum es in dem Film geht. Ja, sehr gerne. Es geht um die Familie Creed. Dr. Louis hat keine Lust mehr in Boston zu arbeiten und deswegen zieht er mit seiner Familie nach Ludlow. Das ist ein ganz kleines Caf in nirgendwo der USA. Und dort macht man sich heimisch. Man hat mit Jude Crannell einen sehr netten Nachbarn, der auch hilfsbereit ist. Dann passiert es aber, dass die Katze der Creed namens Church leider tödlich verunglückt. Da aber die Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder damit konfrontiert werden, versuchen sie das Problem anders zu lösen. Und der Nachbar Jude hat dann eine perfekte Lösung. Es gibt nämlich in der Nähe einen geheimnisvollen Friedhof und sie bringen die Katze dorthin, also den Leichtarm der Katze. Und siehe da, kurze Zeit später ist die Katze wieder da, quick munter, hat aber ein paar, ich sage mal, Verhaltensstörungen und sie riecht sehr seltsam nach Erde. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende, denn es kommt zu einem tragischen Unfall und ja, das sollte jetzt zum Ersten erstmal reichen. Genau, also ich habe ja schon vorher gesagt, vielleicht schieben wir später noch einen Spoiler-Teil ein, weil da kann man jetzt nicht viel dazu sagen, weil jedem, der das Buch gelesen hat, ist eh klar, was passiert. Bloß haben die Macher des neuen Films sich auch ein paar Freiheiten genommen, das alles nochmal ein bisschen abzuändern. Und an der Stelle würde ich auch jedem raten, der den Film anschauen will, sich nicht den zweiten Trailer anzuschauen. Den habe ich nämlich zum Glück nicht gesehen. Und deswegen fand ich das sehr gut, weil im zweiten Trailer ist eine der Hauptänderungen zum Original, wird das schon gezeigt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Also ich war da nämlich im Film total überrascht und fand es ziemlich cool und schön umgesetzt auch. Und wie gesagt, wer sich das nicht spoilern lassen will, sollte die Trailer vielleicht erstmal nicht schauen. Ja, was sagt ihr? Es ist ja glaube ich eine der, ich glaube die 68. Stephen King-Verfilmung oder so. Und ja, was sagt ihr? Bringt es das? Muss man das machen? Kann man das machen? Ich fand es in diesem Fall ziemlich sinnvoll. Also ich bin Neuverfilmungen schon einigermaßen skeptisch gegenüber, aber in dem Fall fand ich es schon angemessen und passend, einfach weil das andere, weil die Erstverfilmung sehr trashig war und sehr, also vom Thema schon mitreißend, aber einfach, ja, fand ich nicht besonders schön umgesetzt. Also auch von der Stimmung und es war immer so ein Film, wo ich ein bisschen zwiegespalten war. Und bei dem jetzt ist auf jeden Fall modernere Technik und modernere, ja, andere Darstellungen von Szenen, die einfach so packender sind und wo. Also ich fand den auch wesentlich spannender. Ich fand den schon wahnsinnig viele Schockeffekte, Schreckmomente, also wirklich, also fand ich in dem Film extrem, wenn man so viel verraten darf. Du hast oft weggeschaut, gell? Ja, ich habe echt die Hälfte des Films immer so durch die Finger gelurt, weil es echt, ich fand es kaum auszuhalten. Also wirklich diese, ja, diese Schockmomente, wo man immer wieder drauf reinfällt bei dem. Das ist wirklich gut gemacht. Hast du, was sagst du? Ja, ich war gespannt auf den Film. Ich habe mir vor zwei, drei Wochen die erste Verfilmung von 89 nochmal angeguckt. Das war bei mir damals, als ich jung und frisch und noch dachte, ich hätte Chancen im Leben. Einer der Horrorfilme, der halt auf dem Schulhof immer so besprochen wurde. Da wurden dann irgendwie auch Szenen dazu gedichtet, die es dann im Film gar nicht gab. Es war so, ja, so ein ganz mysteriöser Film. Und ich weiß noch, als ich ihn damals in jungen Jahren gesehen habe, war ich sehr beeindruckt. Und er hat mich auch, ja, danach noch ein bisschen verfolgt. Und als ich ihn jetzt aber vor ein paar Tagen nochmal gesehen habe, also bevor ich die Neuverfilmung gesehen habe, dachte ich mir, ach nee, gut ist das nicht. Also da hat die Neuverfilmung schon ein paar ganz klare Stärken. Also einer der größten Schwachpunkte des Originalfilms ist, finde ich, ist der Hauptdarsteller, Dale Midkiff, der einfach eine Mimik hat zum Davonlaufen. Und da ist Jason Clarke jetzt in der Neuverfilmung ein ganz anderes Kaliber. Also das ist wahrscheinlich auch der größte Pluspunkt für mich des gesamten Films, weil der wirklich die Rolle des Louis Creed trägt und ich mit ihm auch wirklich mitleiden konnte. Und das war in der alten Verfilmung nicht möglich, weil es teilweise unfreiwillig komische Züge hatte. Ja, ich fand auch die Besetzung in dem neuen Film sehr gut. Also hier Amy Simons als Rachel fand ich auch irgendwie sympathischer und irgendwie nachvollziehbarer als jetzt die in dem ersten Film. Weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Ja, Denise Crosby, die dann irgendwie später auch bei Star Trek Next Generation mitgespielt hat. Das Problem bei der alten Verfilmung fand ich war, die Figuren wirkten mir immer so unnahbar. Da fand ich jetzt die im neuen Film irgendwie schon ein bisschen besser. Ich fand die Chemie auch sehr gut zwischen denen, weil was ja irgendwie so ein Grundthema des Buches und halt eben auch der Verfilmung ist, ist ja der Umgang mit dem Tod halt einfach. Wie sie es ihren Kindern erklären und wie sie selbst damit umgehen, weil eben die Mutter hat ja so ein Trauma aus ihrer Vergangenheit, aus der Kindheit, weil ihre Schwester da relativ früh gestorben ist und sie war da irgendwie involviert und hat da so ein Trauma und will auch nicht über Tod sprechen. Und wie sie dann, die zwei Eheleute dann damit umgehen und sich da teilweise auch ein bisschen streiten und sich so uneinig sind, wie man damit umgeht, das fand ich ziemlich schön hier in dem Film umgesetzt. Und die Kinder waren auch super. Also ich fand dieses, diese Familiendynamik und irgendwie dieses Familienbild, was da am Anfang eben so gezeigt wird, fand ich sehr persönlich und sehr schön. Stimmig, genau. Was, was, was ich halt, also ich bin kein großer Stephen King Fan. Also ich habe ein paar Bücher gelesen, aber nicht alle. Der Werteherr hat einfach eine Art der Schreibe, die mir nicht zusagt. Aber ich finde das Buch Friedhof der Kuscheltiere habe ich vor Jahren dann mal gelesen, so mit Anfang 20 und war sehr beeindruckt und halte das von den Büchern, die ich von ihm gelesen habe, für eines der besten. Und ich muss aber gestehen, genauso wie die neue, wie die alte Verfilmung schafft, die Neuverfilmung ist nicht wirklich das, das, das zentrale Kernthema, nämlich die Trauer zu bändigen. Auch die Neuverfilmung ist im Prinzip nur darauf ausgerichtet, halt den schnellen Erschrecker zu haben. Das, das fand ich sehr, sehr schade und ich muss auch sagen, ich fand den atmosphärisch, wie auch die alte, die alte Film atmosphärisch meist recht dünn. Also der hat, wie gesagt, der hat viele Jumpscares, ein paar sind auch gar nicht mal so übel und auch ich zog dann zusammen. Aber insgesamt hätte ich mir da ein bisschen mehr gewünscht. Also ich hatte da eine seltene, durchgängige Spannung. Es gab halt immer dann Sequenzen, da war klar, okay, jetzt kommt wieder dieses Geräusch vom Dachboden oder jetzt, jetzt erahnt man schon, gleich kommt was und dann kam es dann auch. Das fand ich aber ein bisschen langweilig nach einer gewissen Zeit. Also wie gesagt, auch ich erschrecke mich, aber das ist nicht die Art von Horror, die ich bevorzuge. Und gerade aus der Vorlage, finde ich, hätten sie mehr rausholen können. Also das ist für mich auch ein großer Kritikpunkt der alten Verfilmung, wie aber jetzt leider auch der neuen Verfilmung. Aber wie meintest du, die Trauer der Eltern waren nicht ausgeprägt genug? Oder was war die Kritik jetzt? Also das Buch verhandelt einfach die Thematik der Trauer wesentlich deutlicher und differenzierter und intensiver. Und auch, man kann ja sagen, im Prinzip geht das ganze Dilemma ja damit los, weil die Mutter nicht will, dass ihre Tochter mit dem Thema Tod konfrontiert wird, was wiederum zurückzuführen ist auf ein Trauma der Mutter, was ja auch im Film behandelt wird. Und das ist im Buch wesentlich mehr ausgearbeitet. Und das hätte ich mir auch für den Film mehr gewünscht. Ich finde, das ist eine sehr vertane Chance gewesen. Im Film war es ja auch gar nicht die Mutter, die das hauptsächlich vorangebracht hat, sondern der Vater hat ja die Entscheidung dann getroffen, dass er das seiner Tochter nicht... Genau, aber die Mutter hat ihm ja vorher schon gesagt, sie will das nicht. Sie will das, weil die kleine, ich glaube, die Tochter ist, glaube ich, so acht, neun Jahre alt und sie sagt ja irgendwie, nee, sie ist noch zu jung dafür. Ja, sie ist weggelaufen, nicht tot. Genau. Wenn das jetzt kein Spoiler ist, aber... Ja, ich finde auch, also der Film, der spielt schon mit vielen Horror-Klischees, also wie wir schon öfter gesagt haben, hier Jumpscares hier und da und auch wird die Schwester, also das ist ja kein Spoiler, die gibt es ja im Buch, in der ersten Vorlage auch, ist halt eben diese schwer Erkrankte an Meningitis oder so, also es ist eine ziemlich gruselige Geschichte halt da aus ihrer Kindheit und die wird dann teilweise so ein bisschen Horror-Filmmäßig eingesetzt, also so ein bisschen The Ring-Grudge-mäßig, keine Ahnung. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn sie da ein bisschen was Eigeneres gemacht hätten und nicht so in Standard-Horror-Film-Klischees verfallen irgendwie. Weil das ist ja doch eine sehr persönliche Geschichte über Trauertod und Traumata und so weiter und dass man dann doch halt dem, der Versuchung verfällt, dann so einen klassischen Horror-Film dann draus zu machen, ist groß und ich habe gehofft, sie vermeiden das so ein bisschen mehr. Also zum Spannungsaufbau, da muss ich auch was tun, also was mir genauso aufgefallen ist, so ab der Mitte oder drei Viertel, ich fand es eben am Anfang sehr spannend und eben mit diesem Schockeffekt und das hat mich ziemlich beansprucht und eingenommen erstmal, dass man jetzt so über die, ja, die Spannung an sich, so eine andere Form von Spannung, subtilere Spannung jetzt gar nicht Zeit hatte, darüber nachzudenken und irgendwann kam ich aber auch an den Punkt, wo ich dann irgendwie dachte, ja jetzt ist aber mal gut und dann fand ich auch die Reaktion der Mutter nicht mehr so nachvollziehbar oder angemessen oder so, aber ich fand es eben sehr lang auch, wie gesagt, sehr spannend und sehr shocking. Allerdings fand ich, irgendwann gab es so einen Bruch mit der Thematik, also einfach einigermaßen unpassend. Erst ist es halt, eben spielst du ja mit Emotionen und es hat eine Thematik und dann ist das eben dieser Umgang mit Trauer und mit Tod und so und da geht es auch nicht um Schuld, sondern dann wirklich, ja, um die Emotionen und den Zusammenhalt der Eltern und so und dann gegen Ende wird es immer mehr so ein Klamauk oder auch so ein Zombie-Film eigentlich eher, was ich dann echt schade fand, weil das die Thematik nicht zu Ende oder das Genre nicht zu Ende behalten hat, eigentlich indem es angefangen hat. Also so habe ich es irgendwann empfunden. Das Einzige, was mir da gut gefallen hat und auch ein bisschen besser, finde ich, als im ersten, also in der ersten Verfilmung war, wie man schon ein bisschen sieht, wie der Vater langsam ein bisschen durchdreht. Also er will immer alles gut machen und er will immer nur das Beste, aber es geht halt einfach dermaßen in die Hose und irgendwann, irgendwann ist er einfach fertig und das hat er echt cool gespielt, finde ich. Also am Schluss in seinem Blick und so, auch in seinen Sätzen und so, merkt man schon so, okay, der ist nicht mehr ganz sauber. Das fand ich ganz gut. Ja, fand ich auch, ich muss auch sagen, ich fand seine Augen so faszinierend. Ich hatte manchmal das Gefühl, du musst gar nichts sagen, ich sehe allein an deinen Augen, was du gerade durchmachst. Das fand ich schon sehr schön. Ja, ich fand auch hier John Lithgow als Judd Crandall eigentlich auch ziemlich cool. Also den fand ich auch ein bisschen, ich fand den in der ersten Verfilmung, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, irgendwie Gwyn oder so, den fand ich ein bisschen Klischee halt irgendwie und so ein bisschen Hinterwäldler-Typ und so, aber jetzt in dem Neuen, den fand ich irgendwie so ein bisschen, das war nicht ganz so der nette Onkel. Also er war schon sympathisch und so, aber jetzt nicht so drüber. Also ich fand den auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ja. Den mag ich sowieso sehr gerne. Ja, ich muss gestehen, der Judd Crandall in der ersten Verfilmung, der hat bei mir so einen Platz im Herzen, weil ich weiß den Darstellernamen gerade nicht, aber der Darsteller hat halt jahrelang Herman Monster in Die Monsters gespielt. Das ist schon eine Serie aus meiner Kindheit gewesen. Deswegen habe ich den schon irgendwie ins Herz gefasst. Aber insgesamt gebe ich dir da recht, in der Neuverfilmung ist auch der Judd Crandall eine interessantere Figur, also eine ausgearbeitetere Figur. Es gibt da auch so ein paar Verweise und Szenen, wo der Film einem so ein bisschen im Dunkeln lässt, ob er jetzt vielleicht wirklich der nette Onkel ist oder ob er vielleicht doch die ein oder anderen Geheimnisse noch hat. Dann haben wir ja eigentlich schon das meiste besprochen, was man jetzt spoilerlos besprechen kann. Ich würde auf jeden Fall gerne noch mehr über den Film sprechen, was wir aber wirklich nur in einem Spoiler-Teil machen können. Deswegen würde ich sagen... Ich würde noch eine Kleinigkeit anmerken wollen. Was mir wirklich gefallen hat ist, ich habe ja gesagt, der Film ist atmosphärisch relativ dünn. Wo er aber immer ganz aufgetrumpft hat, waren wirklich so Szenen, die mich so an diese alten Hämmer-Produktionen aus Großbritannien erinnert haben. Diese Schwarz-Weiß-Horror-Filme. Denn wenn sie dann auf diesem Friedhof sind und der Nebel wirklich so über den Boden barbert, das hatte so... Das hatte was, fand ich. Das war so schöner, oldschooliger Gruselflair. Ja, oldschool stimmt. Ich hatte da aber auch ein bisschen mein Problem und weil ich habe diesen Weg, also nochmal zur Handlung, das weiß ja auch jeder, der sich da ein bisschen auskennt, es gibt ja den Tierfriedhof, den namensgebenden Pet Sematary und der ist ja eigentlich erstmal ganz harmlos. Aber dann gibt es eben hinter diesem, hinter so einem Gestrüpp irgendwie, ein langer Weg bergauf, da ist dann eben der alte Micmac, Indianerfriedhof. Und wenn man da die Katze vergräbt, dann erwacht sie wieder zum Leben. Also der namensgebende Tierfriedhof ist eigentlich gar nicht das Spannende hier. Aber der Weg zu diesem Indianerfriedhof, der ist in dem Buch so mega atmosphärisch und auch so sehr lange beschrieben und das fand ich immer total cool. Das war in der ersten Verfilmung auch wahrscheinlich auch aus technischen Möglichkeiten jetzt nicht ganz so spannend. Und hier fand ich auch, hatte das dann, also mich hat es ein bisschen rausgerissen, weil da sah das dann aus wie im Studio, haben sie auch im Studio gedreht, aber ja, Nebelmaschine an und irgendwie, weiß ich nicht, so Studiolicht und ich habe mir das anders gewünscht. Also ein bisschen atmosphärischer, aber. Ich fand es jetzt sehr klassisch gemacht, aber ich fand es schon auch sehr atmosphärisch. Allerdings habe ich das Buch leider nicht gelesen und habe jetzt nicht so den Vergleich. Das macht bestimmt viel aus, aber, also ich fand es auch sehr schaurig und sehr, also schon, also passender eigentlich. Aber wie, klar, man hätte noch irgendwie, es war jetzt nichts Neues oder so vom Bühnenbild oder vom Bild oder von der Machart. Ja, dann würde ich sagen, der liebe Andi setzt hier dann eine Kapitelmarke, dass ihr diesen Spoilerbereich überspringen könnt und direkt zu unserem Fazit kommen könnt, dass ihr jetzt hier nicht gespoilert werdet. Aber wenn ihr den Film schon gesehen habt oder es eh nicht vorhabt, dann könnt ihr natürlich weiterhören. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter tiefer einsteigen. Also Vorsicht, Spoiler, ab jetzt auf dem Weg zum Friedhof, zu dem zweiten Friedhof, der Wendigo. Ausreichend, ausreichend integriert diesmal. Im ersten Film war ja gar nicht vorhanden, aber diesmal. Was sagt ihr? Also ich habe ein paar Interviews gelesen, bevor ich den Film geguckt habe mit den Produzenten und den beiden Regisseuren, die übrigens aus Belgien kommen und bei uns in Köln bei der PV gab es Gelächter, als der Name Kevin Kölsch erschienen ist. Das ist ja nun mal erwähnt. Und die haben halt gesagt, es war ihnen wichtig, den Wendigo halt zu integrieren, weil es ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte ist. Und dann kam ich aus der PV raus und dachte so, wo war jetzt der Wendigo? Also sie erwähnen ihn, glaube ich, mal so. Ja, in dem Buch ist auch so eine Zeichnung von ihm. Genau, aber mehr auch nicht. Ja, er hat mal, der Louis dann bei seinem letzten Weg den Berg hoch oder so, da hat er so eine Erscheinung und da bewegt sich dann so ein Baum und es sieht so ein bisschen so aus. Aber ich dachte mir schon, dass derzeit nicht dann irgendwie so der Dämon durch den Wald stapft. Und dann, das wäre, glaube ich, ganz schön in die Hose gegangen. Also so fand ich das schon okay. Ja, also wie gesagt, die Szenen, die du meinst, wenn er halt so da hinguckt und dann dachte ich mir auch so, ist da was? Und dann kam ich für mich zu dem Schluss, nö. Ja, okay. Das war jetzt auch nur eine Side-Note, weil ich da eben auch so ein witziges Video gesehen habe, wo irgendwie so ein Typ eine Trailer-Reaction gemacht hat und dann gemeint hat so, der Wendigo, der Wendigo kommt, ja, endlich. Also ich fand das jetzt nicht so wichtig. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ja. Ich muss aber gestehen, ich bin immer sehr irritiert tatsächlich, wie viel Kraft die aufwenden müssen, um diese Leichen da hochzuschaffen. Also die Katze geht ja noch in Ordnung. Ja, aber. Und, also ich will hier nicht vorgreifen, ich meine, wir sind ja im Spoiler-Part, aber ich frage mich halt wirklich, wie das Mädchen dann es schafft, einfach mal so die Mutter da hoch zu zerren. Ja, die ist ja böse und hat Special-Kräfte oder so. Ja, das muss ich auch sagen. Das kam in der ersten Verfilmung ein bisschen mehr diese Magie, dieses ganzen Ortes rüber, weil zum Beispiel, es gibt auch im Buch, wird total krass beschrieben, wie sie über dieses Deadwood, heißt es im Original, also dieses Gehölz halt einfach, diese große Holz, diese Holzhaufen, wie sie da drüber steigen, was anscheinend mega gefährlich ist und man kann da nur drüber, wenn man nicht nach unten schaut und das geht dann wie von selbst und so. Und diese Magie, die da irgendwie involviert ist und so, das kam jetzt in dem Film irgendwie gar nicht vor und das fand ich eigentlich, also es ist zwar auch ein bisschen strange, in so einem persönlichen Film diese ganzen magischen und fantastischen Elemente da mit reinzubringen, aber ja, ich denke mal, da war halt einfach Magie im Spiel, ne? Gibt es Google Maps davon? Lattelow, ich weiß nicht, ob es diesen Ort gibt. Ja, weiß nicht, aber das stelle ich mir lustig vor, ganz ehrlich, weil, das ist mir auch aufgefallen, also habt ihr irgendwie gemerkt, also der Film hat ja keine genaue Zeitangabe, also die Autos sahen schon sehr aus wie heutzutage, aber mir ist aufgefallen, ich habe kaum Computer, Internet oder Handys gesehen. Ja, er googelt dann schon mal ein bisschen über diesen Friedhof, also er findet dann im Internet so einen Bericht über... Ja, stimmt, ja, sorry, das ist mir entfallen, stimmt, ja. Ich nehme alles zurück. Alles gut. Ja, dann kommen wir mal zu, also was im zweiten Trailer eben schon gespoilert wird. Aber die Kinder haben keine Handys oder so, das ist schon fast auffällig. Das Mädchen müsste ja eigentlich am Esstisch sitzen und in ihr Handy schauen, dann müsste es Konflikte geben, wo die Eltern sagen, lügt dein Handy weg oder so. Die unrealistische... Das wäre zeitgemäß. Total. Auch für das Alter, da geht das ja gerade los und wird immer schlimmer. Die unrealistische Szene ist ihr neunter Geburtstag, wenn sie von ihrem Papa dieses Plüschtear bekommt. Ja, da dachte ich mir auch, ja toll, Katze weg, Plüschtear, alles wieder gut. Was ist das für eine Einstellung zu Kindern und Psyche und Hallo? Papa, ich will ein iPhone. Ja, genau. Das war einfach total unrealistisch, das hätte einfach alles nicht stattfinden müssen. Hätte die ein iPhone gehabt, hätte sie schon irgendwie alles über Tod und Trauer und weiß ich nicht, hätte sich schon diverse Sachen gegoogelt, da werde ich abgestumpft. Bei ihr bei Kleinanzeigen einfach eine neue Katze bestellt. Ja, genau. Also erste größere Änderung. Ich hatte nämlich auch so ein bisschen das Problem, es war alles gut gemacht. Ich habe mich nur nach der Hälfte des Films gefragt, ja okay, es ist aber wirklich fast schon so ein Shot-by-Shot-Remake. Also am Anfang war ja wirklich alles sehr gleich. Also ich habe darauf gewartet, wann der Film mal so einen eigenen Weg einschlägt. Und das kam dann auch, was im zweiten Trailer ja eben schon gespoilert wird, was ich total krass fand, weil ich habe mich so gefreut im Film dann, dass ich endlich mal was Neues gesehen habe. Also es geht darum, im Buch und im ersten Film läuft dann ja der kleine Junge eben auf diese gefährliche Straße, die halt eben vor ihrem Haus entlang geht und wird da von dem Last überfahren. Kurze Frage. Wenn die halt wissen, hey, wir wohnen an dieser vielbefahrenen Straße, warum bauen sie nicht einfach einen Zaun? Ja, weil dann gäbe es den Film nicht. Mir liegen halt Kinderleben am Herzen. Vielleicht war das den Eltern nicht so wichtig. Wusstet ihr, dass die Geschichte auf Wahnereignissen oder Wahnereignissen von Stephen King basieren? Natürlich. Also seine Katze irgendwie ist halt auch wirklich gestorben und so und dann sein Sohn ist auch mal fast auf so eine Straße gelaufen, aber er hat ihn dann noch erwischt, seinen Sohn, bevor er vom Auto befahren wurde und dann hat er halt eben sich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wäre passiert, wenn? Und so ist dann die Idee zu dem Buch. Er hätte ihn wieder begraben. Ja. Gegenfrage, was wäre, wenn nicht die Katze umgekommen wäre, so eine Goldfisch? Welcher Goldfisch? Ja, angenommen, die hätte keine Katze, sondern eine Goldfisch. Das ist beängstigend, ja, so ein fauchender Goldfisch wäre dann auf der Fensterbank. Ja, stimmt. Vielleicht drehen wir den Film nochmal neu mit einem bösartigen, gemeinen Goldfisch, der nachts unters Bett schleicht. Nun ja, erste größere Änderung, der Sohn läuft auf die Straße. Gleichzeitig läuft aber auch Elli auf die Straße, weil diese fiese Katze, die der Vater vorher irgendwo ausgesetzt hat, ebenfalls die Straße entlangläuft. Elli läuft auch auf diese Katze zu. Der Vater rettet den Sohn von der Straße, aber der Laster erwischt Elli. Oh mein Gott. Da muss ich gestehen, die Szene fand ich schwach. Ich fand, das war mir, also zum einen, weil ich sehr deutlich gesehen habe, dieser Tanklaster gerade der, oder dieses Endstück vom Tanklaster, was auf die Elli zu rast, ist nicht echt. Das hat man, das war nicht so doll getrickst. Und ich habe mich gefragt, das war doch gar nicht notwendig, das so zu inszenieren. Sondern? Naja. Das hätte gereicht, wenn er einfach normal drüber rollt. Genau. Achso, ja. Genau. Ich mag meine toten Kinder, weißt du, schön sauber rübergerollt. Ja, aber dann hätte man die ja nicht mehr so appetitlich tragen und dann wäre die, vielleicht hätte die dann irgendwie scheiße ausgesehen, wenn sie auch wieder aufersteht und so hat sie nur ein bisschen ein schiefes Auge gehabt und war sonst noch ganz fit. Da gebe ich dir recht. Ja, okay. Deswegen durfte sie nur geschubst werden. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht und geschockt. Also die Szene war im ersten Teil auch schon, auch wenn der Schauspieler jetzt vielleicht nicht den Oscar gewonnen hat für seine Darstellung, aber allein diese Handlung und es ist einfach so schlimm und da sitzt du echt drin und denkst dir so, uff, also es passiert ja wirklich selten in Filmen. Aber das ist einfach schon schockierend und das fand ich auch krass. Die Szene ist, würde ich sogar sagen, ist die beste in der alten Verfilmung, weil er hinterher rennt und dann noch beim Rennen stolpert und hätte, wäre er nicht gestolpert, hätte er den Junge noch erwischt. Das macht ihn auch umso tragischer. Schlimm, schlimm. Ja. Und dann dachte ich mir, ja okay, diese Änderung, schön und gut, habe ich jetzt nicht erwartet, aber dann dachte ich mir, okay, die Szene war schlimm, aber was bringt das jetzt für den Film? Warum haben die das gemacht und so? Und ich dachte zuerst, ja, bringt jetzt vielleicht nichts, aber im Laufe des Films ist mir dann aufgefallen, warum sie es gemacht haben und ich fand es auch echt sehr gut gemacht. Denn mit dieser Tochter haben sie dann so eine Storyline, die eigentlich als Rückblende in dem Buch und in dem ersten Film dargestellt wird und das hat in der ersten Verfilmung komplett gefehlt, wenn diese Leute dann wiederkommen. Also er begräbt sie dann auch wieder auf diesem Indianerfriedhof, sie kommt zurück, während die Mutter mit ihrem Sohn gerade bei den Eltern ist, also sie kriegen das nicht mit und er ist zuerst alleine mit ihr. Und dann gibt es eben noch eine Interaktion zwischen den beiden. In dem Film und im Buch kommt der Sohn ja zurück, bringt den Nachbarn um, bringt die Mutter um, aber es gibt ja keine Interaktion und wie er dann versucht, mit ihr zusammenzuleben noch, diese zwei, drei Tage, das fand ich echt ziemlich interessant und cool. Ja, und was sie sich auch damit sparen ist, in den ersten Verfilmungen kommt ja wie gesagt der Gage zurück und das war damals ein Kinderschaudarsteller, der war drei oder vier Jahre alt. Das heißt, mit dem konnte man halt nicht so arbeiten. Das heißt, viele der späteren, ich nenne es in Actionsequenzen, waren einfach wie ein erwachsener Mann mit einer Puppe kämpft. Ja, oh, das... Und das sah halt einfach scheiße aus, auch gut. Ja, das war einigermaßen billig. Und das, ich hab, also ich wusste halt von diesem Twist, ich hab den zweiten Trailer halt gesehen und dann hab ich mir halt ein Interview mit den Machern durchgelesen und die meinten, dass einer der Hauptgründe war tatsächlich, dass sie nicht wollten, dass sie wieder mit einer Puppe kämpft oder halt eben via CGI, weil zum einen der Film hatte jetzt nicht so das hohe Budget, also das waren jetzt keine 200 Millionen US-Dollar, die sie da hatten und zum anderen fanden sie, dass das, wie du schon sagtest, eine Chance ist, halt einfach diese Story zu integrieren. Ja, und die Schauspielerin, also J.T. Lawrence oder wie sie heißt, die hat das, finde ich, mega gemacht. Also das war wirklich spooky, wie sie dann, wie er sie dann badet, weil sie zurückkommt, erst mal mit der Erde beschmiert und so und wie er sie dann in der Badewanne kämmt und so. Das fand ich wirklich gruselig, wie sie dann noch diese Obduktionsnarbe hat am Kopf und so. Also das fand ich wirklich schaurig. Eine gefühlt sehr lange Szene. Ja, und sie war so crazy, creepy, weil irgendwie wusste man nicht, weiß sie eigentlich, was passiert ist? Ist sie jetzt komplett böse? Ist sie irgendwie jetzt einfach nur dumm oder so? Aber sie war halt einfach so richtig. Entschuldigung, aber das ist eine tolle Option. Sie kommen wieder, aber sie sind dumm. Ja, genau, weil diese Story im Buch, die ich auch mega gruselig fand, die in der ersten Verfilmung ziemlich kacke war, mit diesem Timmy Bateman, der auch nämlich, wo der Judd Crandall, der Nachbar, erzählt ist, wurde nämlich schon mal jemand begraben, der kam dann zurück und war einfach komplett gruseliger Zombie irgendwie und im Film ist er wirklich einfach nur ein Zombie im ersten und hat dann auch noch so einen Fuß in der Hand. Also es ist anscheinend ein Zombie oder ein Kannibale auf einmal und so. Aber was da komplett fehlt, finde ich, ist es diese komische Allwissenheit, die der dann hat. Also der konfrontiert dann ja die ganze Nachbarschaft mit ihren düstersten Ängsten und Geheimnissen und so und spuckt es denen alles ins Gesicht und so. Und das fand ich so krass und das war halt in der ersten Verfilmung gar nicht. Und jetzt gibt es einige Szenen mit dieser Ellie dann, wo sie dann zum Beispiel ihre Mutter dann konfrontiert, so von wegen hier, der damals mit meiner Schwester, weißt du noch, du wolltest doch, dass sie stirbt und so. Und konfrontiert sie dann mit ihren Ängsten und Sachen und so und das fand ich ziemlich cool. Was bei dem, was ich auch gut fand, oder was heißt gut, aber einfach mal anders, sonst ist ja in Horrorfilmen ganz viel diese Schuldfrage, also dass dann der stirbt, der halt sich irgendwie schuldig gemacht hat und so ein altes Übel mit sich trägt, so eine Last. Und das fand ich jetzt da nicht, sondern es ging halt irgendwie um Ängste, schon so um Selbstverhandlung, Selbstschuld schon auch, aber eben nicht, dass dann der, der einfach zuerst geknutscht hat, stirbt halt oder wo man das schon so alles voraussehen kann. Also man kann natürlich dann irgendwie ab zwei Drittel des Films kann man sich den Rest dann schon, dann nimmt das so seinen Lauf und dann weiß man eigentlich schon, was passiert. Aber das fand ich ganz schön, so das Motiv, dass das ein anderes war und dass es wirklich eher auf dieser emotionalen Schiene aufgebaut war. Und was ich auch noch so eine kleine Szene fand, so ein Detail, als die Tochter überfahren wurde, dass gezeigt wird, wie der Lastwagenfahrer noch auf sein Handy schaut. Also so, dass man das Gefühl hat, das ist wirklich jetzt wie verhext und wie so ein, ja, einfach dieser böse Fluch, der über allem liegt und so dieses ganze dramatische, die ganzen Geschehnisse so zueinander führt, dass es gar nicht anders passieren kann. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil auch so gezeigt wird, wie der, was der Lastwagenfahrer macht oder ob da einfach, meiner Erinnerung nach, wird die einfach überfahren. Ja, ja, der hört nur Ramones und feiert die Ramones. Ja, es ist auf jeden Fall im Buch auch ein großes Thema und im ersten Film auch, dass dieser Ort, dieser böse Ort, also dass der so eine Anziehung hat. Also irgendwie zum Beispiel, das versucht dann ja die Rachel, weil sie so ein schlimmes Gefühl hat und so schlimme Vorahnungen, versucht sie ja dann schnellstmöglich heimzukommen, um das Ganze aufzuhalten und wird dann auch immer, dann platzt dir der Reifen und lauter so Zeug. Und da ist ganz viel Thema irgendwie, dieser Victor Pascoe, der am Anfang des Films ja stirbt und als Geist wieder zurückkommt und sie die ganze Zeit warnen will und so, ist so sozusagen der gute Geist, aber der Ort an sich ist so ein bisschen böse, die böse Anziehung und das ist so ein Tauziehen so ein bisschen. Also es ist in dem Film jetzt nicht so stark integriert. Wo man immer noch hoffen kann und deswegen die Furcht dann umso größer ist, wenn diese Hoffnung so Stück für Stück zerfetzt wird. Ja, eine schöne Szene fand ich auf jeden Fall auch noch, hug your daughter, wo man richtig sieht, dass jetzt Jason Clarke, also Louis Creed, der Vater einigermaßen durchgedreht ist und dann die Mutter nach Hause kommt und die Tochter sieht und sie hat einfach nur Angst vor der. Und er sagt dann zu ihr jetzt, umarm deine Tochter, sie ist wieder da, freu dich gefälligst. Und sie sagt, Alter, nee, ich will mit der nicht ein Haus sein. Genau das hat sie so gesagt, ein Zeitsvor, nee. Alter, langweil mich nicht. Ja, das fand ich auf jeden Fall echt ziemlich cool. Das war eh saugruselig. Also so kleine Mädchen in Nachthemden sind einfach wirklich immer wieder das Schlimmste, was es gibt. Ich fand das aber cool, weil dieser Charakter, dieser wiedergekommene Mädchen-Zombie, wo man nicht wusste, genau, also es war halt einfach nicht nur ein Zombie, sondern dann kommt ja auch der Judd rüber und merkt, oh shit, der hat sie jetzt wiederbelebt. Und dann sagt er noch so, Louis, den Fehler kannst du rückgängig machen und das hört sie halt, deswegen killt sie halt ihn, weil er sie ja wieder umbringen wollte oder halt wegmachen wollte oder so. Und die Mutter hat halt die Arschkarte gezogen, weil sie so auf sie reagiert. Also dieses Mädel hat halt Gründe, auf die und den loszugehen, aber gegen ihr Vater hat sie erst mal nichts. Daddy's Girl, so eine kleine Zicke. Ja, man weiß halt echt nicht, wann diese Bosartigkeit ausbricht, weil erst ist ja echt ganz nett und sagt, I love you Daddy und so, es geht ja ganz, also man wartet nur drauf, wann geht es denn los, das kann doch jetzt nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, ich fand es auf jeden Fall nicht so platt und blöd, also sie kommen zurück, also im ersten Film oder im Buch, der kleine Junge kommt zurück, nimmt das Skalpell und bringt den Nachbarn um, so öh. Und da hatte sie halt eine Motivation. Wobei die Neuverfügung ja ganz klar diese Mordszene mit dem Judd referenziert, ne. Es gibt also in dieser, ich sag Achillesferse, wo sie wirklich diesen Shot eins zu eins nachbilden, nur um dann kurz vorher doch abzubrechen und ihn dann doch zu führen. Ja, das fand ich witzig. Das fand ich total witzig. Und da muss ich auch sagen, im zweiten Trailer, das hat er ja auch schon gespoilt, also dass diese Szene wieder vorkommt. Wie das Mädchen mit der Tiermaske dann an der Treppe steht, dann Close-Up auf Achillesferse, da wusste man, dass es passiert. Aber ich hab im Kino ziemlich gelacht und da hast du mich ein bisschen komisch angeschaut, weil du dachtest so, was gibt's jetzt da zu lachen? Wo er dann nämlich auf das Bett zugeht, dann sieht man schon diesen Close-Up auf die Achillesferse und im ersten Teil kommt dann das Messer und ihr schneidet durch. Und in dem Film tritt er das Bett erstmal weg und niemand ist da und da musste ich lachen. Also er wusste es schon, aus dem ersten Teil wusste er es noch. Ich hab den Film gesehen, du Bastard. Wer kennt ihn nicht? Ja, es hat auf jeden Fall viel Gutes. Also ich fand, es gab viele coole Szenen und interessante Umsetzung. Also dass sie halt eben nochmal dieses, also Judd sieht er ja auch nochmal am Schluss, das fand ich auch ziemlich gruselig, sieht er nochmal seine Frau auf, also das Gesicht von seiner Frau auf dem Gesicht, auf dem Körper von Ellie dann irgendwie. Also diese komischen Flashbacks oder diese komischen Visionen, die durch diese Wiedergekommenen ausgelöst werden, die fand ich cool. Ja, kurze Frage. Das erste Mal, wenn wir das Haus von Judd sehen, hatte ich das Gefühl, dass die Kamera so ein bisschen auf den zweiten Stock zoomt, auf den ersten Stock. Und es gibt ja auch die Szene, wenn Ellie zu Beginn des Films da irgendwie, ich sag es mal, einbricht und diesen Revolver findet. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, da kommt noch irgendwas, da ist noch irgendwas mit Judd, aber da geht der Film ja auch nicht wirklich drauf ein, oder? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Gut, das Problem hab ich öfters. Aber erzähl, nee, als das erste Mal, wie das erste Mal das Haus gefilmt wird, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also ich hatte einfach das Gefühl, dass Judd so ein bisschen so inszeniert wird und präsentiert wird, dass der halt auch so noch irgendwie ein Geheimnis hat. Dass da eine Rolle kommt. Achso, ja, das schon, ja. Wo sie dann ins Haus geht und diese Waffe findet. Und mit der Frau da, wo man nicht genau weiß, was war da, hat er die vielleicht sogar umgebracht oder das gleiche Schicksal mit dem Pet Sematary. Genau. Ich hatte damit gerechnet, dass dann nachher noch so ein Reveal kommt, so nach dem Motto, er hat seine Frau auch irgendwie beerdigen müssen und sie dann hochgeschleppt zum Tierfriedhof und sie haust jetzt irgendwie im ersten Stock oder so. Das wäre auch interessant gewesen, ja. Böses Hintergrundahnen, aber es war ja dann nicht. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu dem Teil, der dann doch, jetzt haben wir ziemlich viele positive Sachen erwähnt, aber der Schluss. Ich bin ehrlich, also ich fand das Finale jetzt nicht so pralle, aber ich muss gestehen, das letzte Bild hat mir gefallen. Ich finde zwar den Schluss der alten Verfilmung wesentlich kraftvoller, weil er noch so dieser Ekelfaktor auch eine große Rolle spielt. Ähm, aber doch, das letzte Bild hatte was, muss ich gestehen. Meinst du jetzt, wo man dann alle zusammen sieht oder wo man den Kleinen sieht? Genau, genau. Wenn dann, wenn sie alle dann da stehen und dann springt die Katze noch so auf die Motorhaube und Schwarzblende, ja. Ja, puh, also ich... Das fand ich dann eher so ein Witz, so ein Zombie-Witz-Film-Gag-Arschluss war das. Für mich hat es das ein bisschen zerstört. Ich fand auch, das hat die Ernsthaftigkeit völlig kaputt gemacht. Also ich muss gestehen, ich habe den Film gegen Ende auch nicht mal so richtig ernst nehmen können tatsächlich. Es gab bei uns in Köln eine Szene und ich glaube, die war ernst gemeint, aber da gab es wirklich uns viel gelächter. Nämlich dann, wenn er den kleinen Gage in Sicherheit bringt im Auto, ihn dann ins Auto sitzt und ihn dann noch so, wie er im Monolog sagt, macht die Tür von niemandem auf und so. Das fand ich irgendwie unfreiwillig komisch tatsächlich. Ja, das fand ich auch merkwürdig. Ja. Also weil er ja da nicht sicher ist, einfach. Genau, genau. Und es wirkte auch so nach dem Motto so, Papa, geht nur mal eben einkaufen, du bleibst hier schon sitzen, macht niemand die Tür auf, Radiosender ist da, aber nichts verstellen. Nicht fernziehen. Ja, und keine Limo trinken. Naja gut, aber es war halt auch so eine, er war halt Verzweiflung, also Auswirklosigkeit. Ich meine, es war halt so, was soll er machen? Er ist allein und der Kleine, den kann er nicht mitnehmen und dann einfach so eine Hilflosigkeit, die total offensichtlich war in dem Moment. Nur für mich kam es halt so rüber, dass er in dem Moment dann plötzlich nicht verzweifelt wirkte, sondern sehr gefasst. Wie gesagt, wie ein Vater, der mal eben noch schnell zurück zum Supermarkt geht, weil er das Salz vergessen hat, oder? Ne, ich fand die Reaktion von dem Kleinen merkwürdig, also da hätte man noch mehr Dramatik reinbringen können. Ich denke, jedes kleine Kind, das gerade gesehen hat, wie die Mutter verschwindet oder da irgendwie ganz seltsame Gestalten und schlimme Sachen sieht, der fängt doch furchtbar an zu heulen, den kann man doch nicht alleine im Auto zurücklassen. Also sie bleibt dann da ganz ruhig sitzen, die Szene war, ja. Ich kriege es gerade auch nicht mehr ganz zusammen. Also, MMM, sie bringt den Nachbarn um, dann kommt sie zurück und dann bringt sie die Mutter um. Nein, 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 also sie bringt den Nachbarn um, dann kommt sie zurück, dann kommt die Mutter zurück, also die lebendige Mutter mit Gage und dann kommt dieses Hug-Mommy und dann überschlagen sich die Ereignisse, dann greift sie ihre Mutter an, die Mutter flüchtet da ins obere Zimmer, kann den kleinen Gage aus dem Fenster reichen, in der Zeit kommt aber da Ellie rein, die Mutter. Und während die Mutter halt da mit dem Messer maltretiert wird, kümmert sich der Vater um den kleinen Gage, den er unten aufgefangen hat und bringt sie zum Auto. Und als der Vater dann vom Auto hochkommt, ist halt Mutti tot. Und bringt, warte mal, die greift ihn doch dann auch an, oder? Sie schlägt die K.O. Und sie, also die Ellie, bringt dann die Rachel, also die Mutter, die getötete Mutter, bringt dann auf den Friedhof, gell? Und er will sie davon abhalten eigentlich. Genau. Ah, stimmt. Das war nämlich der krass große Twist, weil eigentlich in dem Film, im ersten Film und im Buch bringt er ja seine eigene Frau dann dahin. Und in dem Film wollte er sie davon abhalten, stimmt. Ja. Das ist eigentlich ein krasser Twist. Das war schon eine sauspannende Szene eigentlich noch, da auf dem Friedhof und dieser Kampf. Ja, da war ich schon raus. Also da dachte ich so, hä? Nee, das fand ich schon, also es gab so ein Zwischending, wo ich eben auch so nach und nach so ein bisschen aufgehört habe, aber da war ich dann schon wieder dabei. Also ich fand eine Stelle, wo die Mutter so Angst hatte vor irgendwelchen Geräuschen, das fand ich unpassend. Also nicht nachvollziehbar so richtig, weil ich mir dachte, das kennt sie doch alles schon und sie hat jetzt schon viel schlimmere Sachen gesehen und jetzt handelt sie doch gerade und warum fällt sie jetzt in so eine passive Rolle und hat jetzt Angst vor irgendwelchen Geräuschen, statt dass sie halt dann was macht. Also da habe ich mir kurz gedacht, mein Gott, ja, jetzt sind da schon wieder diese Geräusche. Kennt man schon zum vierten Mal. Langsam reicht's. Also da war ich dann kurz draußen. Und halt eben diesen Schluss fand ich so ein bisschen, der hatte so einen seltsamen Twist, wo es dann eben so ins Trashige ging. Zu sehr fand ich. Aber ansonsten so die Handlung dahin fand ich zeitweise dann doch wirklich noch sehr spannend. Und eben auch dieses Mädchen fand ich wahnsinnig gut. Die Ellie, also die... Ich muss da nochmal drüber nachdenken und vielleicht, wenn ich das Ende nicht mehr ganz so schlimm finde, mag ich den Film dann doch wieder auch lieber. Weil ich werde so drüber gesprochen haben, ist mir aufgefallen, dass sie ihn eigentlich schon gut fand. Bloß das Ende hat es für mich echt ein bisschen kaputt gemacht und deswegen kam ich dann doch ein bisschen enttäuscht aus dem Kino. Ich muss gestehen, der Kampf zwischen Ellie und ihrem Vater am Ende auf dem Friedhof, ich musste gestehen, er hat mich so ein bisschen an Evil Dead erinnert. Also ich dachte mir die ganze Zeit so, Ash würde wissen, was zu tun ist. Ja. Ah, apropos, wusstest du, dass in der ersten Überfilmung zuerst Bruce Campbell den Vater hätte spielen sollen? Uh, ich meine nichts gegen Bruce Campbell, aber... Ich glaube, der hätte diese Ernsthaftigkeit vielleicht nicht ganz so gut präsentiert oder nicht wirklich, nein. Rübergebracht. Naja, egal. Aber gibt es noch was, was ihr zu dem Film sagen wollt? Ich fand das Cover des Ramones Songs Best Cemetery während des Abspanns nicht so gut. Ja, ja, das war stimmt. Das fand ich richtig mies. Da habe ich noch einen schönen Side-Fact für euch, denn 1989 wurde der Song Pet Cemetery von den Ramones, der, glaube ich, extra für den Film gemacht wurde, also er wurde auf jeden Fall in dem Film benutzt und der wurde als in der Kategorie schlechtester Song mit der Golden Himbeere ausgezeichnet. Immerhin. Also ein preisgekrönter Song. Naja, seien wir ehrlich, kennt man einen Ramones Song, kennt man alle, oder? Fand ich auf jeden Fall auch eine wichtige Info, die ich mit euch teilen wollte noch. Genau deswegen habe ich auch zugesagt, damit zu machen, mein Podcast. Ich meine, das liegt natürlich sehr nahe, diesen Abschlusssong da zu nehmen, aber ich hätte immer einen etwas erleseneren, quasi nicht qualitativ hochwertigeren Song, der dann wirklich den Film abrundet, weil es war jetzt nicht so ein Klamauk-Film eigentlich. Nein, der Song musste da schon hin. Ja, also ich fand es halt einfach, du hast halt am Ende diese Punchline, die halt schon so ein bisschen so, du dachtest, das geht gut aus, haha, falsch gedacht. Und dann kommt halt dieser Song und der fängt halt so an, als wäre es eine Ballade. Und das fand ich ein bisschen blöde. Weiß ich gar nicht. Ich finde, die Punch, da hätte man dann wirklich besser unterstreichen können, wenn man dann nochmal das Original hätte spielen können oder sollen. Ich weiß ja gar nicht, ob sie die Rechte dafür haben. Ich bin da ja nicht, aber naja. Ja, es ist halt so billig. Also man geht halt auch mit so einer billigen Stimmung dann raus. Und das war der Film ja gar nicht. Also das war ja, das rundet es so seltsam ab, also fand ich dann schade. Aber im Nachhinein beim Einschlafen kamen dann doch wieder die schlimmen Bilder und dann hatte der Film dann doch seinen Auftrag erfüllt. Aber schlimmer wäre halt gewesen irgendwie Gloria Gaynor, I Will Survive oder so. Oder Staying Alive von den Beaches oder so. Irgendwas Mysteriöseres hätte ich halt gut gefunden. Dass man wirklich mit so einer nebligen Waldstimmung da rausgeht. Und was meint ihr, gibt es einen zweiten Teil? Ich hoffe nicht. Aber es war schon so hingebaut eigentlich. Es gibt ja übrigens einen zweiten Teil von der ersten Verfilmung hier mit Edward Furlong. Und Clancy Brown, ja. Und der ist ganz, ganz scheiße. Ja, ich habe mich daran nicht herangetraut. Komisch. Aber irgendwie. Der ist sehr brutal. Der war, glaube ich, länger als der Originalfilm in Deutschland auf dem Index. Ist, glaube ich, mittlerweile ankert, aber 18 frei. Während die alte Verfilmung jetzt ankert, auch 16er ist. Und der ist noch ein Stückchen brutaler. Aber es ist so ein Film, der wirkt so, als hätten sie ihn halt nur gemacht, halt um A, noch ein bisschen Geld abzugreifen. Und B, halt um so die Gorehounds abzuholen. Die halt glauben, Horror ist halt automatisch Gewalt. Kann ich nicht empfehlen, den Film. Der ist wirklich ganz, ganz fiese Grütze. Also sehr gewaltvoll, aber dafür blöd. Stephen King hat sich dann auch aus den Credits entfernen lassen, habe ich gelesen. Aber ich finde es schade, weil es gab auch mal die Idee, dass man eine Fortsetzung macht. Ich meine, die hätte vielleicht auch nicht so toll sein können, aber um Ellie Creed, weil in der Originalfassung bleibt sie ja alleine zurück bei den Eltern der Mutter. Und was mit ihr passiert, weiß man gar nicht. Und es hätte eine Fortsetzung geben sollen, was sich um sie dreht. Aber das haben dann die Macher halt irgendwie gekillt, die Idee. Das wäre vielleicht cooler gewesen. Ja, das klingt auf jeden Fall interessanter als das, was jetzt dann durchgemacht haben. Ja, wie gesagt, guckt euch den Film nicht an, der ist echt doof. Ich wollte gerade vorschlagen, wir gucken ihn und besprechen ihn dann nochmal. Aber ich kenne ihn schon, ich muss nicht mal gucken. Aber bitte, bitte. Also ich werde mir auf jeden Fall reinziehen, das kann ich jetzt schon mal verraten. Ist übrigens von derselben Regisseurin der erste Teil. Mary Lambert. Sollen wir langsam zur Bewertung kommen? Ja, ich würde auch sagen, dann beenden wir mal hier den Spoiler-Teil. Klick. Und dann kommen wir mal zu unseren Fazits. Wer mag anfangen? Ladies first? Okay, da fange ich mal an. Achso, sorry, Ladies first. Nee, bitte, er hat schon dich gemeint. Oh, danke. Bitte. Der Andi weiß halt, wie man eine Dame behandelt. Ja. Ja, ich, wie die erste Film auch, schafft es halt nicht das Potenzial der Vorlage auf die Leinwand zu bändigen. Atmosphärisch fand ich den größtenteils eher etwas dünn. Aber er hatte halt gute Schauspiele, allen voran Jason Clarke. Und wenn man halt auf so Jumpscares steht, dann wird man da mehr als deutlich bedient. Insgesamt fand ich, war es ein okayer Genre-Happen, aber mehr nicht. Ich hatte mir schon ein bisschen mehr erwartet, aber ich bin aus dem Kino gekommen und war weder euphorisch, noch war ich irgendwie niedergeschlagen, weil ich so enttäuscht war. Es war halt einfach so ein, ja, so ein Schulterzug-Egal-Film. Also ich hatte da jetzt 100 Minuten, wurde ich da einigermaßen gut unterhalten, ohne dass ich irgendwas mitgenommen hätte. Außer eine halbvolle Flasche Cola. Ich gebe mal knappe drei Punkte. Okay, Eva, was sagst du? Ich glaube, ich schließe mich den drei Punkten an, weil ich auch, also ich war, es gab, fand ich jetzt keine wirklich langweilige Minute. Also es war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, ich will jetzt wirklich langsam aufstehen oder so. Also es war schon zeitweise sehr spannend. Sehr gute Schauspieler. Vor allem fand ich das Mädchen auch, eben und der Vater. Ja, Stimmung auch zum Teil. Also es war saueklig zum Teil, aber gut, dann kann man ja wegschauen. Das ist ja auch das in der Sache zum Teil. Allerdings eben auch ein Film, den man trotz allem, also trotz diesem Schock, den man dann vielleicht hat, relativ schnell vergisst. Also es ist jetzt kein Thema, was man jetzt mitnimmt oder irgendwas sehr Neues oder also viele Bilder, die man auch schon kennt oder so kriechende böse Wesen wie aus Exorzist oder so ein bisschen, also ja, aber durchaus shocking und nicht blöd. Also nicht, dass man sich denkt, ja, saublöd jetzt oder irgendwie. Oder schon auch einigermaßen nachvollziehbar, die einzelnen Reaktionen. Alles in allem schon, also drei, ja, passt. Ja gut, dann kommt mein Fazit. Ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Also ich habe mich total darauf gefreut. Also ich bin ein Riesenfan der Originalvorlage und weiß ich jetzt nicht genau, irgendwie das Original, die Originalverfilmung fand ich jetzt schon auch nicht schlecht. Aber da fand ich halt so ab dem Ende, wie du schon gesagt hast, hier erwachsener Mann kämpft gegen Puppe und so. Also das fand ich schon ein bisschen strange. Und auch das finale Ende dann fand ich ein bisschen komisch. Und genau das gleiche Problem habe ich hier, weil hier haben sie coole Schauspieler und die Katze fand ich großartig. Und ja, das Thema an sich finde ich halt einfach so super. Deswegen war das alles in dem Film ja irgendwie drin. Und deswegen fand ich es super eigentlich. Aber das Ende hat mich ein bisschen überrumpelt und ein bisschen enttäuscht aus dem Kino gehen lassen. Aber im Großen und Ganzen fand ich sehr viele coole Sachen drin, die sie neu gemacht haben. Und ich gebe dem Film deswegen mal dreieinhalb Punkte von fünf und empfehlen. Wollen wir dem Film noch jemanden empfehlen? Das machen wir auch immer hier beim Tele-Stammtisch. Ja, ich glaube, Leute, die einfach mit Freunden einen netten Abend verbringen wollen und diesen Abend... Mit Betonung auf nett. Und diesen Abend halt mit einem Horrorfilm beginnen wollen im Kino, da ist das bestimmt geeignet. Stephen-King-Fans, die einfach wissen wollen, was aus der Vorlage gemacht wurde, dürfen sich das auch gerne ansehen. Und ich glaube auch Leute, die vielleicht Fan des ersten Films sind, für die könnte das auch ganz interessant sein. Ich finde auch, rein aus Interesse an dem ganzen Stoff und so, ist der Film auf jeden Fall sehenswert. Ich finde, wie du schon gesagt hast, diese Horrorfilm-Sache, also dass man sich zusammen einen Horrorfilm anschaut, das fand ich halt einfach ein bisschen zu viel. Also dieser total niederschmetternde Stoff halt einfach, wird dann doch irgendwie mit den Mitteln des klassischen Horrorfilms dann so ein bisschen entschärft. Also ich bin nicht aus dem Kino gegangen und war deprimiert oder so, was ich eigentlich erschrecken, die sollen da bitte reingehen. Also die kommen auf ihre Kosten. Ach, ich habe ja am Anfang Krüschelfilmkritik gesagt. Eignet der sich als Pärchenabend? Wenn man sich dann so beschützen muss gegenseitig, ja. Also ich kann durchaus sein, dass wenn du Begleiter oder Begleiterin dabei hast, die etwas schreckhaft ist, dass du danach ein ziemlich der fetzes Knie hast. Das kann durchaus sein, ja. Also mit Knieschonern dann halt. Ich dachte jetzt nur nicht, dass der Film irgendwie die Familienplanung oder so beeinflusst oder so. Du wirst dir glaube ich eher überlegen, ob du den Katzen zufälligst. Eher einen Hund einschränkt. Genau, ja. Oder ein Goldfisch. Goldfisch, genau. Weil einen Hund, den gibt es im zweiten Teil. Ach Gott, oh Gott. Ja, also ich bin noch Goldfisch. Ich frage mich zwar, wie der Goldfisch auf die Straße gelangt. Und wenn dann der Laster da drüber fährt. Wie bei Findet Nemo vielleicht. Ja, aber überleg mal, so ein Goldfisch, ja. Und dann kommt so ein Tanklaster und brettert da drüber. Was bleibt denn da noch übrig? Was willst du nachher begraben? Vielleicht flutscht er. Ja, es ist eine sehr spannende Handlung auf jeden Fall. So eine Mischung aus Findet Nemo und Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Ich werde heute noch ein Trade mitschreiben. Das machen wir. Wir arbeiten an der Fortsetzung. Was ich übrigens auch noch immer schade finde, ist, dass sie den Schreibfehler, diesen Kinderschreibfehler aus Pet Sematary nicht in die deutsche Fassung mit übernommen haben. Dass der irgendwie Früthöf der Kuscheltiere heißt oder so. Es tut mir leid, aber Früthöf klingt eher so ein bisschen türkisch. Oder wie so ein Ikea-Regal oder so. Ja, genau. Ja, dann. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Schön war's. Ja. Achtet auf eure Katzen. Oh Gott, ja. Gut, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Ich bin der Chris und mit dabei ist der Dominik. Ja, oder einfach Dom. Hi. Hi, Dom. Bin ich dann Sub? Nee. Egal. Oh mein Gott. Heute sprechen wir über ein Dokumentarfilm. Falsches Thema. Im Land meiner Kinder heißt er, ist von 2018, wobei der jetzt erst rauskommt, so wie ich das richtig verstanden habe, ist 88 Minuten lang, ist ein deutsch-spanischer, deutsch-äquadorischer Film. Äquadorianischer. Ach, scheißegal. Da vergessen wir, genau. Schneiden wir raus. Genau. Ja, lassen wir drin. Wir sind ja so real, ne? Das Ganze ist von Dario Aquiera. Ist ein bisschen schwierig auszusprechen, ist natürlich ein äquadorianischer Name. Das ist eigentlich auch so die Hauptperson in diesem Dokumentarfilm. Du kannst es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Du hast ja bestimmt schon was vorbereitet für uns. Ja, auf jeden Fall. Ich bin glänzend vorbereitet. Super. Was ich noch gerade natürlich nicht in der IMDb sehe, ist, dass der Film am 29. September letzten Jahres auf dem Hamburger Filmfestival Premiere hatte. Der Film eröffnet damit, dass der Regisseur, dass er einen Brief bekommt für einen Einbürgerungsbescheid vom damaligen Hamburger Oberbürgermeister. Und da kann man sich dann halt schon herleiten, dass das schon eine Weile her ist. Olaf Scholz ist ja mittlerweile Finanzminister. Genau. Und nicht mehr Hamburger OB. Leider. Kein politisches Statement. Ne, ich meine, er hat schon Hamburg so verkackt mit einem Hamburger. So nebenbei. Und ich habe die ganze Zeit vor Olaf Scholz mitgekriegt. Und jedes Mal, wenn ich zu Besuch gekommen bin, ist es immer schlimmer geworden mit Hamburg. Also daher, naja, wie dem auch sei. Ja, dann ist das ja auf jeden Fall spannend, was du für einen Blick dann auch auf diesen Film hast. Genau, also es geht um ihn. Also er kommt ursprünglich natürlich aus Ecuador, wie der Name schon sagt. Er hat in seiner Jugend, hat er ja eine Austauschschülerin kennengelernt. Die ist irgendwie bei seiner Familie untergekommen, weil die mit ihrer Austauschfamilie nicht allzu gut klarkam anscheinend. Es wird nur gestreift in dem Film. Und er ist dann ihr zuliebe nach Deutschland emigriert, allerdings ohne Staatsbürgerschaft. Also auf jeden Fall, der Film handelt hauptsächlich darum, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und zeigt dann sowohl seinen Weg durch die Irren und Wirrungen der Bürokratie, dann halt auch reflektiv, wie halt seine damaligen Schwiegereltern, glaube ich, oder Schwiegereltern ins B, was die für einen Blick auf ihn haben oder hatten, als er das erste Mal nach Deutschland kam und natürlich dann auch, wie es anderen ergeht, die ja nach Deutschland gekommen sind und auch die Staatsbürgerschaft beantragt haben. Genau, der ist ja irgendwie vor 15 Jahren nach Deutschland gekommen und da erwähnen die ja auch so ein bisschen, also die Schwiegereltern, dass sie natürlich auch für ihn bürgen mussten, dass es recht kompliziert war, weil er ja auch kein Deutsch gesprochen hat. Und man kriegt so ein bisschen das Gefühl dafür, was das für eine seltsame Familie ist. Also ich hatte immer so das Gefühl, die kennen sich, aber irgendwie sind sie sich alle total fremd, obwohl die sich jetzt schon seit 15 Jahren kennen und als wären die sich trotzdem nicht so ganz koscher. Ja, das kommt auch durch diese, ich hatte es ja gerade schon im Vorgespräch angemerkt, diese sehr statische Kameraführung. Also wenn jemand interviewt wird, dann wird eigentlich immer nur die eine Person gezeigt, im Bildausschnitt mehr oder weniger und man sieht halt keine Interaktion mit ihm irgendwie. Man hört ihn halt immer nur aus dem Off, aber ja, keine Ahnung, also so wird das ein Journalistfilm. Ja, aber er macht es ja auch alles selbst, deswegen, also er hat ja gar keine andere Wahl. Er ist ja die Person, die das Ganze erzählt, er ist die Person, die die Kamera führt. Natürlich, ja, 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 obwohl man hätte, ich weiß nicht, also bis auf Szenen dann mit seiner Freundin, Frau, ich weiß nicht, sie bekommt ein Kind von ihm wahrscheinlich, dann jetzt mittlerweile Frau. Ja, sie hat ja noch den alten Nachnamen, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, fand ich auch ein bisschen irritierend. Sie hat ja, also man kriegt es ja so leicht mit, dass sie zusammen sind, dass sie auch in den 15 Jahren halt weiterhin zusammengeblieben sind in Deutschland und sie dann auch schwanger wird, das wird dann auch so ein bisschen den Schwiegereltern verkündet und man bekommt dann halt durch diese ganz seltsamen Sprünge, bekommt man dann so ein bisschen gezeigt, dass jetzt auch eine extrem lange Zeit vergeht, aber man wird ständig nicht so an die Hand genommen, also das ist teilweise recht irritierend und man kann sich das nur so grob zusammenfühlen, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Aufnahmen dann erfolgt sind. Auch so diese zurückgesprungenen Szenen, die dann auch noch ein bisschen animiert werden, also der zeichnet einfach, die haben scheinbar irgendwas aufgenommen, haben dann da drüber irgendwie so eine Animation rüber gemalt, also das ist scheinbar etwas, was er recht häufig macht, habe ich gesehen. Ja, aber das hat mir durchaus gefallen, also das war eine positive Überraschung, ich war nämlich so gerade dabei, ich hatte gerade so den Gedanken gefasst, mich nervt die sehr langweilige Kameraführung, ich muss es einfach nur mal sagen. Und dann kam das, und das fand ich, also ich nehme an, sie haben es gedreht und dann hat er es wahrscheinlich übermalt. Da kommt dann halt so seine künstlerische Ader raus, aber was ich halt so enttäuschend finde, dass er, also da kommt es wie gesagt raus, aber so der Rest des Films, oh mein Gott, es ist einfach so wahnsinnig langweilig gefilmt. Ja, absolut. Es gibt eine Szene, wo er wirklich die Kamera aufgestellt hat und dann irgendwie, da sitzt seine, ja, Schwiegermutter in Spee oder was auch immer, die sitzt da und bestimmt eine Minute wird gezeigt, wie sie seine Antragspapiere durchliest und man sieht sie dann halt irgendwie mit den Augen so über das Papier gleiten und dann so die Lippenwinger, wie man das halt kennt und dann denke ich mir jetzt so, das muss ich jetzt nicht eine Minute lang sehen. Da fehlt sehr Dynamik drin in dieser Dokumentation. Und ich meine, klar, er hat das alles selber gemacht, aber es wirkt wirklich so wie, keine Ahnung, also selbst aus dem Journalismusstudium kenne ich nicht so brav geschnittene Sachen oder halt so, ah, so, Filme machen 1.0 ist das in der Hinsicht und das ist so furchtbar schade, weil das Thema ist ja eigentlich sehr wichtig und es ist, ja, wie gesagt, seine künstlerische Ader wird immer wieder hervorgehoben. Aber nicht gezeigt. Ja, nur halt in dieser einen Tricksequenz, die völlig rausfällt. Man sieht ja auch so ein paar alte Videoaufnahmen von ihm, als er ein bisschen jünger war, als er noch in Ecuador gelebt hat und so ein bisschen sein, was auch immer er da macht, Performance-Kunst, Video-Art. Das kommt auch irgendwie nicht so wirklich raus. Er ist ja ab und zu mal so ein bisschen als Clown verkleidet und läuft herum und das Ach ja, Pantomime, ne? Genau, Pantomime war das richtige Wort, genau. Ich habe ein bisschen das Problem mit diesen ganzen Filmen, also die Geschichte, wie du schon sagst, ist super interessant. Mir fehlen sehr viele Punkte, die es noch ein bisschen interessanter gemacht hätten. Es wird, dieser Alltagsrassismus wird zwar gestriffen, man bekommt es halt mit, dass die Freundin, mit der er jetzt zusammenlebt seit 15 Jahren, die spricht die ganze Zeit Spanisch, was mich auch super irritiert hat, es wird auch nicht erklärt, warum oder wieso, es wird ein bisschen darauf eingegangen, dass er sich nicht wirklich als Deutscher fühlt, aber dann doch ein bisschen als Deutscher. Also er fühlt sich nicht als Äquadorianer und das wird so mehrmals auch so ein bisschen erwähnt und versucht irgendwie aufzuarbeiten, auch mit einer Freundin von ihm, die jetzt irgendwie noch kürzer irgendwie in Deutschland ist als er und aber schon Staatsbürgerin ist und es ist halt, es fehlen mir so viele tiefe Einblicke. Es ist einfach so, es ist einfach so traurig, es ist einfach so langweilig. Dieser 88-Minuten-Film hätte man, glaube ich, in 30, 45 Minuten zusammenschneiden können und der wäre deutlich dynamischer und interessanter geworden als das, was wir jetzt sehen. Denn der Inhalt ist jetzt gerade zehn Minuten. Er bekommt einen Brief von Olaf Scholz, er ist dabei irgendwie herauszufinden, wie er sich dabei fühlt, spricht dann im Endeffekt mit seinem Vater, der in Äquador noch lebt und mit seinen Schwiegereltern und dann kriegt er am Ende, ja, die Staatsbürgerschaft und das war's. Man wird auch rausgeschmissen aus dieser Dokumentation. Ich weiß nicht, ich habe mich total im Regen stehen gelassen gefühlt. Mir fehlen die Worte. Das ist einfach, dass man, dass man, dass man, dass man diesen, diese Dokumentation einfach so, so plump abliefert, weißt du, das fühlt sich so an wie so ein Rohschnitt. Ja, Rohschnitt trifft es sehr gut. Ja, ne? Rohschnitt trifft es, trifft es sehr gut. Also, also angenommen, es wäre ein Buch, dann würde ich mich fragen, ob es jemals ein Lektorat von innen gesehen hat. Nein. Weil es, es ist halt, das mag jetzt fies klingen, aber es, es ist halt so wahnsinnig viel drin, was es irgendwie ausbremst. Er versucht irgendwie andere Schicksale mitzuziehen mit seinem, aber das wirkt irgendwie sehr halbgar. Also, ich fand zumindest eine Szene ganz gut, da wurde eine, ich weiß nicht, ob die auch aus Ecuador kam, keine Ahnung. Die hatte auf jeden Fall die deutsche Staatsbürgerschaft und die wurde gezeigt, wie sie anscheinend zur Bundestagswahl geht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube, das war die Bundestagswahl, ja. Genau, ja, das passt ja dann auch, weil irgendwo hast du auch mal gesehen, da waren irgendwelche Kanzlerin Merkel-Plakate, glaube ich, in einer Szene. Genau, und die sagte dann ja irgendwie auch, dass sie, ja halt so ihre Definition von Heimat hat oder sich eben eine gewisse Verbundenheit, die sie fühlt und dass sie sich manchmal halt doch noch als Außenseiterin fühlt, aber auf der anderen Seite für sie ist, ist die Staatsbürgerschaft praktisch ein Statement, so nach dem Motto, hier, hier möchte ich bleiben, hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich bleiben. Ja, da spricht er ja auch nochmal die Integration, was bedeutet denn Integration an und irgendwie wird das auch nicht wirklich auserzählt. Also es wird angesprochen und dann wird es auch in den luftleeren Raum einfach entlassen und dann haben wir wieder einen neuen Schnitt und man ist irgendwie komplett woanders und schaut sich irgendwie zwei Menschen, die irgendwo sitzen, an. Ja, und vor allem von hinten gefilmt. Ja, also das geht gar nicht. Ich meine, die sind in einer wirklich großartigen Stadt, man merkt, dass ich Hamburger bin. Man hat so viele Möglichkeiten. Total, ich sag's dir. Und ich wohne momentan in Frankfurt oder seit einigen Jahren und jedes Mal, wenn ich nach Hamburg komme und halt irgendwie feststelle, wie schön diese Stadt überhaupt ist, er hatte so viele Möglichkeiten, wirklich tolle Sachen einzufangen. Das Einzige, was du von Hamburg siehst, ist das Rathaus, was auch eigentlich sehr interessant von außen sowie auch von innen ist. Aber du siehst halt im Endeffekt von Hamburg nur die paar Sequenzen, wo er in der Behörde sitzt und ab und zu ist er dann auf einem Grünstreifen und hampelt da herum oder schmeißt irgendwelche Zettel wild herum, um dann irgendwie was symbolisch darzustellen. Okay, ist eine interessante Wahl, aber ja, für den Zusehenden ist das einfach langweilig. Ja, also mit den Bildern, das war so auch dann am Ende, wie er da mit Olaf Scholz da erst dann gesprochen hat und dann einfach so statisch halt in die Kamera einfach dieses Blatt Papier hält bestimmt irgendwie länger als zehn Sekunden und ich denke mir so, ja toll, ich hätte vielleicht gerne eine Detailaufnahme oder so. Ja, gut, Datenschutz, aber das ist einfach langweilige Filme machen. Ja, das war wirklich Trash. Und in dem Moment habe ich mir auch vorgestellt, also so unsympathisch ich diesen Olaf Scholz auch finden mag, der tat mir in dem Moment echt leid, weil ich frage mich dann jedes Mal, wenn du so ein Politiker bist und dann auch noch Bürgermeister, du hörst dir dann diese Geschichte von ihm an und eigentlich ist dir das total egal. Und erzählt dir echt im Detail alles und hier und sowieso und ja, und genauso habe ich mich dann aber auch beim Zusehen gefühlt. Ich fand, das ist einfach eine Zumutung gewesen. Es ist echt schade, weil da wahnsinnig viel Potenzial drin gewesen wäre. Auch seine Geschichte ist super interessant. Er spricht ja auch seine älteren Dokumentationen an. Der hat ja irgendwie jetzt insgesamt mit diesen zehn Dokumentationen rausgebracht und eine war dann halt auch über seinen Vater und sein Bistro. Das wird auch in diesen Filmen so ein bisschen gepitcht, weil ich auch so, okay, interessant, dass du jetzt ausgerechnet dann über deinen erfolgreichen anderen Film sprechen musst in deiner Dokumentation. Hashtag no ad. Ja, überhaupt nicht. Weiß nicht, das hat, es wäre schöner gewesen, man hätte jetzt nochmal eine dritte Person gehabt und diese dritte Person erzählt seine Geschichte. Ja, hätte es vielleicht sogar über seine Frau irgendwie managen können, weil die, die, ich hatte auch den Eindruck am Anfang, weil da ist diese unglaublich lange Szene, wo man ihr eigentlich nur beim Kochen zusieht und sie halt auf Spanisch quatscht. Ja. Und da dachte ich mir so, ja, irgendwie ist sie auch jetzt nicht uninteressant. Total. Also allein schon, wie sie das halt irgendwie wahrnimmt, wie er sich so, also sie hat ja zum Beispiel auch den Blick darauf, wie er sich so mit den Jahren immer weiter angepasst hat. Und einmal ist dann ja auch diese andere Ecuadorianerin, yay, die erzählt, dass ihr irgendwie aufgefallen ist, dass er dann auch, dadurch, dass er so lange in Deutschland gelebt hat, dass er irgendwie seinen Musikgeschmack verändert hat. Also dass er aufgehört hat, Musik aus seinem Heimatland zu hören jetzt zum Beispiel. Und seiner Frau müsste dann sowas ja erst recht auffallen. Total. Vor allem, weil sie ja extra damals als Au-pair, glaube ich, dahin geflogen ist, um halt ja ein bisschen mehr von der Kultur mitzubekommen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum sie halt auch Spanisch spricht. Aber das kriegst du halt in dieser Dokumentation gar nicht heraus. Das wirkt auch ein bisschen auf mich so, als hätte sie gar keinen Bock auf diese Doku. Das ist so wie diese Jungfamilie, die sich auf YouTube irgendwie aufnehmen und man kriegt irgendwie so mit, dass die Frau überhaupt keinen Bock darauf hat und der Mann sich eigentlich ein Hobby gesucht hat, um sich neue Gadgets zu kaufen, um dann halt alles zu filmen. Das hatte total den Eindruck auf mich hier. Ich weiß, es ist super fies, aber... Ich stelle mir gerade beide in so einem Video vor, wie war das nochmal, wie auf Bibi's Beauty Palace, die irgendwie eine Viertelstunde lang, weil eine Grille unterm Kühlschrank zirbt, die Krise kriegen. Das stelle ich mir jetzt so in der Variante vor. Ja, also du guckst Bibi's Beauty Playlist. Das haben wir jetzt auch schon mal... Nee, nee, ich habe ein Analysevideo gesehen von der Film-Analyse. Okay, okay, ja, ist schon klar, genau. Ich war in der Kirche dabei. What? Ich habe keine Ahnung, worüber du sprichst. Es ist schon irgendwie ein bisschen schade, weil es ist so der klassische Fall von gutes Thema mäßig bis, ja, wirklich so... Miserabel? Das Wort ist es doch, oder? Ja, Miserabel, nicht so bescheiden. Bescheiden einfach irgendwie. Alles wirkt so unfertig an vielen Stellen auch. Das, keine Ahnung, also ohne Scheiß jeder YouTuber mit einer Kamera und einem guten Schnittprogramm kriegt irgendwie... Inhaltlich ist jetzt natürlich die Frage, aber handwerklich dürften manche YouTuber das besser, interessanter hinkriegen. Ja, und vor allem würden die diese Fremdscham-Momente nicht irgendwie reinbringen. Ich glaube, es gibt eine Szene, wo er mit seinem Schwiegervater dann irgendwie im Garten ist und der Schwiegervater erklärt ihm, wie diese komische Säge da funktioniert. Ja, was sollte das eigentlich? Wie so ein vierjähriger. Das war die Schlussszene. Ja. Das ist so merkwürdig, weil ich dachte eigentlich, gab doch am Ende, wo er da irgendwie vor dem Gebäude steht und dann seine Urkunde da hat und alles und dann auch irgendwie diese Blätter in den Luftwiff. Ich dachte, das wäre die Schlussszene. Ja. Und dann kommt nochmal was. Es interessiert keine Sau, warum er da jetzt irgendwie eine Kugel sägt oder so. Also, keine Ahnung. Was sollte das? Ich habe keine Ahnung. Es war absolut katastrophal und genau solche Szenen machen diesen Film einfach oder diese Dokumentation einfach nur noch weirder und machen... Ja, haben mich dann auch am Ende wirklich total ratlos dagelassen und ich habe mich echt gefragt, wo sind meine 88 Minuten hin? Nein, wirklich. Das war wirklich eine absolute Katastrophe. Guckt euch den Film echt nicht an. Sorry. Also, ich kann nur sagen, wenn sich 100 Minuten mit im Kreis von Dschihadisten kürzer anfühlen als das, dann hat man definitiv was falsch gemacht. Ja, also von abraten kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Der wird wahrscheinlich irgendwie auf Arte landen. Es ist auch, glaube ich, eine Arte-NDR-Coproduktion, habe ich gesehen. Und ja, Gott, weiß ich nicht. Also, den hätte man auch auf Arte zeigen können und dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, Arte-Mediathek. Also, was der im Kino zu suchen hat. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Deine Bewertung. Ach, Gott, meine Bewertung. Da kommt mehr als ein Stern. Ja, doch, schon. Ja, doch. Also, ich, ich, normalerweise bin ich eigentlich grottenhart und fies oder andersrum, keine Ahnung. Aber, ja, ich, ich sehe die guten Ansätze und den guten Willen. Ich habe mich aber teilweise halt wirklich höllisch gelangweilt und mir halt auch dann immer so gedacht so, mein Gott, jetzt, jetzt hast du da doch Ansätze. Weißt du, alles, alles, was andere sagen, ist interessanter als das, was andere sagen. Was er sagt. Und dabei ist seine Geschichte eigentlich die interessanteste. Das ist einfach so frustrierend gewesen. Man merkt auch, er hat an manchen Stellen zum Beispiel versucht, da war so ein Statement von wegen, ja, Integration ist halt Anpassung. Und er hat versucht, es durchzuziehen, aber es taucht dann überhaupt nicht mehr auf. Und dann, dann, dann zieht das, das Gegenende bei, bei diesem komischen Baumgespräch da irgendwie sitzt er mit einer, einer Landsmännensitze da irgendwie auf dem Baum. Und das war wirklich der größte Cringe-Moment für mich, weil sie sagt plötzlich irgendwas von wegen, hast du Angst vor dem Tod? So, so, so mitten in den Raum rein, sagt sie, hast du Angst vor dem Tod? Dann denke ich mir jetzt, wo bin ich jetzt hier gelandet? Hat, hat er irgendwie was von seinem, äh, Esoterik-Seminar da reingeschnitten? Sie sind dann doch nur barfuß herumgelaufen, oder? Ja. Ja, das, 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 das war so, so, äh, so ein leichter Tree-Hugger-Moment, hatte ich das Gefühl. Gott, meine Bewertung, also, für die guten Ansätze, ich würde mich noch hinreißen lassen zu zwei von fünf Sternen. Uh, okay. Ich glaube, ich habe auch noch nie was Schlechteres hier gegeben, tatsächlich. Irgendwie gebe ich ständig diese Wertung. Vier von zehn mal zwei von, äh, fünf, das ist für mich halt so die Wertung, sind halt schöne Ansätze, aber man hat halt wenig rausgemacht, ne? Ich würde jetzt, also, ja, das, das Thema ist halt wichtig, aber da sind wir halt wieder so, ich kann mir auch vorstellen, ich habe jetzt auch gerade gesehen, der hat in mir auch schon Nominierungen eingefahren, da warst du wahrscheinlich bei irgendwelchen Filmfestivals. Was sehr viel über Filmfestivals und Nominierungen aussagt, oder? Ja, durchaus. Weißt du, Festivals, also auch schon bei der Berlinale zum Beispiel, ist halt immer das Problem, dass immer mehr Sachen nur nominiert werden wegen ihrer Thematik und nicht während, wegen deren Umsetzung. Ich meine, Thematik schön und gut, aber du musst es halt auch gut umsetzen. Du kannst auch einen kotzlangweiligen Film über ein hochbrisantes Thema machen, ne? Und ja, das, das ist hier, da liegt halt hier so der Hund begraben für mich, ne? Definitiv. Deswegen gebe ich nur einen Sternpunkt. Ja, ganz im Ernst, genau das, was du gesagt hast, es hat mich wirklich genervt. Es hat mich wirklich genervt, dass er teilweise wirklich, die Schnitte sind furchtbar, die Geschichte kommt nicht voran, es kommen sehr weirde Momente. Also ich glaube, wenn du wirklich sehr viel Intus hast, keine Ahnung, was für, ja, was für Stoff du dir dann da halt reindröhnen möchtest. Aber ich glaube, das macht dann richtig viel Spaß. Aber wenn du dich hinsetzt und wirklich ernsthaft mal eine Dokumentation darüber sehen möchtest, wie es ist als Mensch, der woanders aufgewachsen ist, dann in ein neues Land migriert und sich dann versucht, da einzufinden, zu sehen, dann ist das der absolut falsche Film, weil du bekommst hier keinerlei Antworten. Du bist einfach nur ratlos aus diesem Film rausgegangen oder zumindest bin ich das und ich habe nichts gelernt, ich habe nichts wirklich gesehen, was mich weitergebracht hat und es war wirklich schade. Also wirklich, der hatte so viel Potenzial, schon alleine, dass diese Konstellation, dass er die Möglichkeit hat, noch mit seinem Vater zu reden, dahin zu fliegen und mit ihm darüber zu sprechen, wie er das empfindet. Das macht er ja teilweise, aber er nimmt wirklich so viele Möglichkeiten, einfach nicht in die Hand mit den Schwiegereltern richtig darüber zu sprechen. Es gibt Ansätze, aber die werden alle nur so halbherzig aufgenommen. Es hat das Gefühl für mich, wenn man sich diesen Film oder die Dokumentation anschaut, er geht ja ganz am Anfang mit diesem Bescheid zum Amt und legt ihn dann vor, weil er ja die Einbürgerung beantragen möchte. Und diesen Bescheid, den er ja mehr oder weniger so feiert und ihn teilweise als Liebeserklärung irgendwie schon darstellt. Das ist einfach nur ein Zettel, der zerknittert ist, dreißigmal gefaltet, den holt er aus seiner Jackentasche und legt ihn dann dahin. Stimmt, ja, ja. Erinnere ich mich auch noch. Genauso fühlt sich das Ganze an. Es ist einfach nur, hier, ich habe was gefilmt, guckt es euch an. Ja, Moment, ich, da passt dann auch wieder die Rohschnitttheorie zu. Ja, total. Und es ist super schade, weil ich denke, im richtigen Kontext noch mit zwei, drei anderen Szenen nochmal zusammengeschnitten oder neu aufgenommen, wäre das total toll gewesen. Diese ganze Geschichte wäre super geeignet dafür, aber er macht es nicht. Ein Stern. Ja, fand ich denn das Urteil? Definitiv. Okay, ja. Ja, schreibt gern in die Kommentare, wenn, weiß ich nicht, wenn das überhaupt hier jemand auf YouTube hört. Vielleicht seid ihr anderer Meinung, wenn ihr den Film schon gesehen habt oder sehen wollt oder was auch immer. Wir sind uns zwar relativ einig. Ich bin gerade so in so einer kleinen Schockstarre, weil eigentlich bin ich immer derjenige, der die fiesen Wertungen verteilt. Ja, ich bin der Bad Coffee-Man. Ja. Ich weiß nicht, ich hätte soweit nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Machen wir die Decke zu. Genau. Okay. Danke, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast, mit mir über diesen wunderbaren Film zu sprechen. Ja, über sowas immer gerne, also. Klasse. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschüss. Moinsen, hier ist Nina Lechthoff und heute hört ihr meine sehr subjektive, aber einzig richtige Meinung zu einer Serie, die ich schon sehr lange gucken wollte, die man aber nirgendwo streamen konnte. Killing Eve heißt die Serie und die feierte im April 2018 ihre Premiere. Seit Ende Februar kann man über den Amazon Prime-Kanal Stars Play Killing Eve streamen und im April kommt die erste Staffel in Deutschland fürs Heimchino raus. Die Serie hat eine ganz entspannte Länge. Es gibt insgesamt acht Folgen. Jede Folge hat eine Länge von circa 40 Minuten und Killing Eve basiert auf den Villanelle-Romanen vom Autor Luke Jennings und wurde fürs TV von Phoebe Waller-Bridge adaptiert. Für alle, die jetzt denken, den Namen kenne ich irgendwoher, Waller-Bridge ist nicht nur Drehbuchautorin, sie ist auch Schauspielerin und hat zum Beispiel in Solo A Sour Story die Droidin L3-37 gespielt. Killing Eve erzählt im Grunde eine typische Spion-gegen-Spion-Geschichte. Eve Ballastri arbeitet beim MI5. Sie ist von ihrem Job ziemlich gelangweilt, aber als ein hochkarätiger russischer Politiker in Wien auf offener Straße ermordet wird, sieht sie als einzige das große Ganze. Sie zieht eine Verbindung zwischen diesem und anderen Morde, die in ganz Europa verübt wurden. Nachdem Eve von ihrem Job gefeuert wurde, wird sie von der toprangigen MI6-Agentin Carolyn Mertens rekrutiert und soll eine Undercover-Einheit leiten, die einzig und allein ein Ziel verfolgt, den Täter zu finden. Denn Eve hat nicht nur die Zusammenhänge zwischen den Morden erkannt, sie hat auch eine sehr treffende Profilanalyse des möglichen Täters gemacht. Genauer gesagt, der Täterin. Die Auftragskillerin mit Decknamen Villanelle, übrigens der Originaltitel der Vorlage, bekommt Wind von der Ermittlerin, die nach ihr sucht und beginnt ihrerseits, sie zu beobachten. Der Beginn eines aufregenden Katz-und-Maus-Spiels, das die beiden über ganz Europa scheuchen wird. Wer ein Action-Feuerwerk à la Bond oder Mission Impossible erwartet, wird bitter enttäuscht. Denn aufregende Verfolgungsjagden mit viel Blechschaden oder atemberaubenden Stunts sind bei Killing Eve nicht vorhanden. Dafür gibt es eine super spannende Geschichte und zwei hervorragende Schauspielerinnen, die eine unglaublich tolle Chemie verbindet, obwohl sie einfach fast keine gemeinsamen Szenen haben, zumindest am Anfang von der Serie. Killing Eve ist von Anfang bis Ende eine hervorragende Serie, angefangen beim Produktionsdesign und beim Szenenbild über den sehr lebendigen und lebensnahen Figuren bis hin zur tollen Kombination aus Ernst und Humor, Action und Ruhephasen. Fangen wir mal beim Produktionsdesign an. Es wurde viel Wert darauf gelegt, dass die Schauplätze passend aussehen zu dem, was sie darstellen. Denn die Wohnungen von Eve und Villanelle sind sozusagen Erweiterungen von ihren Charakteren. Während Villanelles Wohnung einen Hauch hipschick hat mit zusammengewürfelten, aber edel aussehenden Möbeln, Villanelle verdient halt gutes Geld mit ihren Auftragsmorden und investiert es in schönen Sachen. Dahingegen ist Eves Haus wohnlich chaotisch. Es ist einladend und freundlich, halt so wie Eve selbst ist. Das gleiche gilt auch für die Kleidung der beiden Figuren. Die Kostümabteilung hat echt tolle Arbeit geleistet. Das alles fügt sich aber so gut in die Serie ein, dass ich erst gar nicht darüber nachgedacht habe. Erst als ich die Extras geguckt habe, dachte ich mir, oh ja, stimmt. Mir gefällt es sehr, wenn die Extras Mehrwert haben und nicht nur so eine Selbstbeweihrrauchung à la, oh, das war das beste Team, mit dem ich jemals gearbeitet habe. Meine Kollegen waren so wundervoll und so weiter. Die Extras auf der DVD von Killing Eve sind wirklich, wirklich interessant und haben mich die Serie mit neuen Augen sehen lassen. Aber damit das Produktionsdesign die Figuren ergänzen kann, müssen diese auch etwas hergeben. Und das tun sie definitiv. Killing Eve hat einfach keine klischeehaften Figuren, obwohl es die Story diese wirklich hergegeben hätte. Es wäre sehr einfach gewesen, Villanelle zur Femme verteilt zu machen, die kalt und überheblich ist. Auch Eve hätte die etwas tollpatschige Agentin werden können, die es aber gerade deswegen schafft, der kühlen Auftragskillerin auf die Spur zu kommen. Diese Eigenschaften sind tatsächlich in den Figuren präsent, aber das sind halt wirklich nur Teile ihrer Charakteren. Denn sie haben auch andere Seiten und diese runden ihre Figuren sehr gut ab und machen sie sehr interessant. Was auch sehr interessant ist an Killing Eve, ist die gut gehaltene Balance zwischen Drama und Humor. Die Serie ist in ihrem Kern eine Spion-gegen-Spion-Geschichte, bricht aber mit vielen Action-Klischees. Verfolgungsszenen kommen ohne viel Kabumm aus, sind aber trotzdem sehr spannend inszeniert. Wie zum Beispiel, als Eve's Kollege Villanelle durch die Straßen Berlins in eine Disco verfolgt. Sie sind nur zu Fuß unterwegs, aber trotzdem ist die Szene sehr spannend gestaltet und vor allem in dieser dunklen, engen Disco sehr beklemmend inszeniert. Die erste Staffel von Killing Eve bekommt von mir die volle Punktzahl 5 von 5 Punkten. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit den 8 Folgen, denn die kleinsten Details haben super gepasst und man hatte wirklich, wirklich das Gefühl, dass die Figuren und auch die Geschichte so in echt hätten passieren können. Mir hat auch sehr gut gefallen, dass die Extras einen wirklichen Mehrwert hatten und im Nachhinein auch meine Serienerfahrung nochmals bereichert haben. Alle Fans von anspruchsvollen Serien, die nach neuem Stoff suchen zum bingen, sollten sich auf jeden Fall Killing Eve anschauen.